Du möchtest eine halboffene Frisur selber machen, hast aber keine Ahnung davon, wie man Haare stylt? Dann habe ich eine Idee für dich, was du machen könntest, was wirklich jeder Anfänger hinbekommt. Nicht unbedingt notwendig, aber es sieht schöner aus meiner Meinung nach, wenn die Haare ein bisschen Struktur haben. Deswegen welle ich die kompletten Haare einmal und das mache ich mit einem Glätteisen. Ihr könnt das, wenn ihr möchtet, auch mit einem Lockenstab machen oder aber ihr lasst es ganz weg und lasst eure Haare glatt. Jetzt geht es an den Part der halboffenen Frisur und dafür nehmt ihr erstmal alle Haare an eurem Oberkopf zusammen und macht dort ein Zopfgummi rein. Insbesondere, wenn ihr nicht so viele Haare habt, würde ich darauf achten, dass diese Linien, die ihr zieht oder den Scheitel, dass er so ein bisschen nach hinten oben geht und dass er dann durch die eigenen Haare verdeckt wird. Der Zopf oder das Zopfgummi vielmehr liegt dann so ungefähr zwei Zentimeter unter diesem Scheitel am Ende und verdeckt deswegen den kompletten Ansatz. Dann wird der Zopf in sich selbst eingedreht bzw. durch sich selbst durchgesteckt, wie auch immer man das nennen möchte. Entweder könnt ihr dafür so einen Schlaufenwerkzeug benutzen oder ihr steckt einfach eure Finger da durch und zieht den Zopf einmal durch. Und diese Struktur könnt ihr dann mit euren Fingern aufziehen und so ein bisschen auflockern und das sieht dann gleich viel spannender aus, als wenn da nur dieses Zopfgummi drin gewesen wäre. Und mit dem Zopf, der dann am Ende rausschaut, könnt ihr machen, was ihr möchtet. Entweder ihr lasst den einfach so, könnt zum Beispiel noch eine Strähne um das Zopfgummi drumherum wickeln, dass man das nicht mehr sieht. Oder aber ihr macht, so wie ich, einen Fischgrätenzopf. Denkbar wäre natürlich auch einfach ein normaler geflochtener Zopf. Macht da einfach mit, was ihr für richtig haltet. Theoretisch könnt ihr dir sogar einfach einen lockeren Dutt am oberen Kopf machen. Und damit habt ihr auch ganz viele Varianten, wie ihr diese halboffene Frisur machen könnt. Am Ende habe ich dann nochmal eine Strähne um das Zopfgummi drumherum gewickelt, um das eben zu verstecken. Und mit dieser halboffene Frisur wärt ihr dann ready für eine Hochzeit oder auch für ein Festival, je nachdem, wofür ihr das gerne tragen möchtet. Und ohne die Haare zu locken, war das jetzt ungelogen eine Aufwand von 5 Minuten. Hier oben rechts geht es jetzt weiter zu noch mehr Haarvideos. Hier oben rechts geht es jetzt.